ich bin es der atta und wir sind wieder in einer neuen folge von skyrim verstrickt und immer noch in der dämmer fest und da wollen wir einfach mal rein das ist unsere wachen vor die zahl war ja wenn wir aber der lebt noch so ein bisschen um euch mit hier so schön ist drin kam es so zu schuppen schwamm schwaches griff kattenschein hier oben da wo noch einer oder ich rufe ich tuten kann aber hier ja ja start irgendwas damit sonst war es das hier ich spreche mal okay holst du ja noch hallo das kam aus der leichten schutz die bücher habe ich herausgeschossen die noch auf köln oder so haben wir haben wir ja gut für geld bringen auf jeden fall das brot mit bernd und sonne warum bin ich bloß hierher gekommen das ist auch nichts so weizen mädchen kleid schule wieder nichts vorsichtig vor hübsch gerade ist jetzt wo gehen wir hin was hat er also blind das stört damit das hier rotes mädchen kleid warum bin ich bloß hierher gekommen müssen erforderlich weil es immer her damit schrecklich noch mal so oder so was ist drin auch nicht warum bin ich bloß hierher gekommen und wiederholst auch gut verlaufen brauchen wir nicht oder die käse wird so überladen jo noch was ist drin okay haben jawohl sehr hübsch auch gut denken wir benutzen das andere kampf nicht die rolle damit und jetzt nicht benutzen jeder fehlt aber es ist echt nicht mehr gebrauchen können Ich glaube schon im Korb da war ja auch so ein Schnickschnack bestimmt, oder? Also hier können wir nicht weiter. Die Bibliothek, gleich hier, wir sind bald am Ziel. Ist da jemand? So, was heißt, können wir die Lose-Stufe gleich machen? Blödes Kackvieh. Warum bin ich bloß hierher gekommen? Der geht mir auch richtig auf den Sack, dass er immer dasselbe sagt. Die Bücher, Eisenheime. Die Gründe von Ark und Tanz, auch nicht schlecht. Das Buch nehmen wir mal mit. Ne, 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 ne. Ah, jetzt habe ich besucht, ich habe hier dieses Buch mitgenommen. Körbchen, Lavendel drin, nehmen wir mal mit. Salz. Ne, 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 ne. Oh, ne, 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 ne. Geh' ich beiseite. Lass mich in Ruhe. Ne, lass du mich in Ruhe. Ja, gut. Stimmung verbessert. Sehr gut. Ich brauche mit. So. Dreimal Salz. Ja, das ist schon mal sehr gut. Zieh die jetzt einfach weg. Egal. Okay. Das haben wir. Oder irgendwas, was wir hier wegfuttern könnten. Test. Nicht wirklich. Oder sonstiges. Was. Das kann welch. Irgendwann noch mal adoptieren. Kann ich schon noch öfter welche finden. Klappe. Ich muss hier raus. Klappe. Was geht eigentlich? nicht. So. Naja. Kein lauter. Wir sind auch mal wieder durch. nicht. Ja. Was soll denn das? Halt den Mund. Das speichern wir nochmal. Okay, bevor wir da reingehen. was. Was? Was? das waren neue schüssel sind wir gesundheit wieder herstellen warum will ich bloß hierher gekommen noch was drin aber noch was drin ja auch nicht irgendwas drin so passt doch auf er geht mir so hart hoffen sagt der kerl okay das speichern unsere bluten hier und ein paar süßigkeiten mitnehmen können und okay Hey, was soll denn das? Sehr hübsch. Oh. Elfenrüstung. Die nehmen wir mal mit. Ich werde es überladen. Warum will ich bloß hier kommen? Denn... Soll ein Stückchen nehmen wir mal mit. Wir werden jetzt diese Truhe nehmen. So, dann packen wir mal da rein, die Dolche. Aber jetzt ist ein bisschen Platz. Wir werden später hierher kommen. Und... Ähm... Die Sachen mitnehmen. Außerhalb der Folge dann. Oh. Der Leck war jetzt gerade. Sehr gut. Ritualkammer. Ja, jetzt aber. Ihr also seid in mein Haus geplatzt und habt meine Projekte zunichte gemacht. Wie schön, euch kennenzulernen. Seid ihr? Namen spielen keine Rolle mehr. Ihr könnt mich die Ruferin nennen. Also habt ihr einen Grund dafür, ein solches Chaos anzurichten? Ich bin wegen der Bücher aus der Akademie hier. Ihr gehört also nur zu Ahrens Lakaim. Wie schade. Ihr seht mir sehr vielversprechend aus. Ihr kommt hierher. Tötet meine Assistenten und unterbrecht meine Arbeit. Ihr habt mich verärgert. Da werde ich euch wohl kaum etwas geben. Ähm... Vielleicht können wir ja eine vereinbaren. Ohne diese Bücherrichtung zu reden. Versucht ihr etwa mich zu bedrohen? Nachdem ich so gastlich war? Nun, dann werdet ihr gar nicht mehr hier weggehen. Was war das? Nee, gar nichts mehr. Haha. Hier ist alles noch rot. Da sind die Butter heute hier essen. Sooo, dann nehmen wir hier das. Gegrillt, gegrillt. Und dann nehmen wir das. Glauben wir das? Was ist das? Dabart herkennen? Da war kein Gegrill. Ähm nein. Das ist so. so schlüssel zum ritual kammer also als immer mitnehmen eins der gescholten bücher das zweite der gestohlen bücher war nicht das dritte das reicht was ich wollte über diese angelegenheit muss erst einmal etwas gras wachsen ihr versteht man muss bestimmten beteiligten die chance geben zu vergessen was ich möglicherweise getan habe trotzdem habt ihr mich aus diesem käfig geholt und das werde ich nicht vergessen habt vielen dank und viel glück ebenso gut hier bin ich da können wir ja jetzt zurückgehen ich werde ausnahmsweise diesen part ein kleines bisschen er beenden als üblich bei diese ganzen sachen mitnehmen werde und ich werde euch dieses tempo hier ersparen in dem sinne bedanke ich mich schon mal fürs zuschauen dafür auch wenn diese luterei ein bisschen blöd war dieses mal auch geld würde ja aber trotzdem ein bisschen gefallen in dieser bei bei haut rein und ciao